Glauben, Denken. Genau um diese beiden Dinge geht es auf dieser Plattform. Wir wollen Glauben und Denken miteinander ins Gespräch bringen. Für manche ist das ein unglaublicher Widerspruch, vielleicht eine fast unüberbrückbare Kluft zwischen Wissenschaft und Bibel, zwischen einem kritischen Verstand und einem einfachen Vertrauen auf Gott. Die Vorträge wollen Brücken bauen, wollen Schneisen schlagen, wollen den Weg öffnen, neu nachzudenken, ob das wirklich so ein Gegensatz sein muss. Wir haben manchmal allgemeine, sehr breite, aber ins Zentrum führende Vorträge. Wir haben auch sehr, sehr spezifische, sehr spezielle Vorträge zu Einzelfragen. Glauben, Denken, die Plattform zum Weiterglauben, zum Weiterdenken und dann auch zum Weiterempfehlen.